Jo Leute, ich find's wiederum, es ist Albeet und ja, heute zu einem kleinen Commentary und ja hinten seht ihr schon im Hintergrund das Gameplay und zwar ist das der 100. Win auf Gomme von mir auf dem Account Partzika. Fuck yeah, habe ich zusammen mit Zwugi aufgenommen. Und ja, das gilt also so gesehen als Survival Games, doch ich habe eine traurige Nachricht und zwar möchte ich gerne den Uploadplan beenden und zwar finde ich sind zwei Videos pro Woche manchmal zu wenig, manchmal zu viel. Es kommt jeweils drauf an, ich habe jetzt zwei Wochen keine Schularbeiten, das heißt da kann ich Videos produzieren, wann ich will und ich mag eigentlich auch Videos produzieren, wann ich will und mich nicht irgendwie nach irgendwelchen Terminen oder so richten. Da bin ich nicht so der Typ, sorry, wie gesagt, wieder eine Sache, die ich nicht eingehalten habe, aber naja, egal. Und dann, um schon zum letzten Thema zu kommen, und zwar seht ihr schon, ich habe neue Thumbnails und ja, und zwar habe ich die selber designt, ich mache mir die kurz selber auf und ja, und zwar seht ihr da Minecraft und bei Minecraft ist das A, je nachdem bei den Survival Games orange und bei den Minigames rot und dann habe ich die halt anders geschrieben, dann habe ich aber noch einen random Text, dann die Zahl, hinten noch so einen schönen weißen Strich, damit der Background ein bisschen cooler abgeändert wird. Ich muss noch schauen, wie ich in-game Screenshots mache. Ja, können wir ja mal schauen. Jedenfalls, ja, kommt dann, wenn ich mit Facecam mache, halt noch ein Bild von mir rein, wo ich zum Beispiel sowas mache. Oder sowas. Oder irgend sowas halt. Ähm, und soviel schon mal dazu. Ich hoffe auch einfach, euch gefallen diese, ähm, neuen Thumbnails und wow, 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 wow. Und ansonsten, ja, das Gameplay war übrigens manchmal ziemlich klapp, also ohne den Teammate, namens zum Kier hätte ich es nicht geschafft. Wir haben da auch ein Team, das Full Iron oder so war, ausgeschalten. Fuck yeah. Und dann war es das einfach, wie gesagt, ähm, cool, dass ich 100 Wings geknackt habe und danke, dass ihr es akzeptiert, dass ich jetzt einen neuen Uploadplan mache. Also sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Euer Mr. LB. Tschüss. Kowski. So we stay chasing on getting paid, break your heart every day. But if you want I'ma take it Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020